Der Hate wird größer, es wird alles schlimmer. Das einzige, was mich hate, ist Musik. Ich mache die Musik gerne. Wirklich. Sie würde am liebsten fünf Kinder bekommen und einfach ein Happy Family Life haben. Wie macht die Biene? Wie macht die Schlange? Wie macht die Papagei? Wie ist Lodana? Ich bin 25 Jahre alt. Ich bin Künstlerin, Musikerin. Ich bin ursprünglich aus dem Kosovo. Ich bin Mama, ich habe eine zweijährige Tochter. Ich habe sieben Brüder und zwei Schwestern. Insgesamt sind wir zehn Kinder. Ich habe sieben Brüder und sieben Brüder und sieben Brüder, und ich habe sieben Brüder. Ich denke, das überall Leben gemacht wurde, läuft es einfach erst durch das Leben. Also diese Bindung, die wir haben, das würde ich wahrscheinlich nie wieder in meinem Leben mit irgendjemanden haben. Das ist auch so krass. Das ist so ein Bild, wo die heulen. Und eigentlich hatte die noch Kotz im Mund, aber das hat sie nicht gemacht. Früher war immer so, Monika hat angefangen und ich musste acht Stunden warten. Dann hat er einfach nur eine halbe Stunde gewartet und gesagt, ja, wir müssen gehen, wir müssen gehen. Ne? Ich glaube, es gibt immer so einen Menschen im Leben, der so seelenverwandt ist und den man nicht wechseln kann. So, egal ob wir jetzt getrennt waren oder jetzt vielleicht auch zusammen sind oder auch nicht. Ich finde, das spielt gar keine Rolle. Guck. Guck mal. Ja, ich werde dir die Trampen zurück. Komm, da sie nicht. Ja. A meine, die Gänse? Ja. Ja. Gut, warte? Ja. Kto me vor? Kto? Gänse! Aber es ist gut, es ist gut. Sie sind hier, Sie sind hier. Sie sind hier, Sie sind hier, Sie sind hier. Sie sind hier, Sie sind hier, Sie sind hier. Dass die Fans und die Plätze sagen, so sie darf keinen weiteren Mann haben als ein Hund. Dann als sie alleine sind, war die Hitze gegen sie. Und wieso sagt man das zu einer Frau? Ich glaube, da sind Sachen passiert, die sie sehr krass getroffen haben. Sondern es steht einfach irgendwie, hey, du kleine Hure, möge dein Kind sterben. Dein Kind wird eine Hure. Oder du bist eine geschiedene Frau, du solltest dich schämen. Ich glaube, wenn ich so ein Kompromiss...